dann bitte einmal das auf der brücke bei den klingonen ich mal gespannt ich kann es werden dann kommen wir dann schon auf einer klingonischen brücke zum einsatz ach guck mal da an packt die knarre weg rekordverdächtig jetzt müsste man mal form kommen wie schnell jeder da alles abschießt danke captain haben sie nun eine aufgabe für mich er ist der offizier es ist für mich eine ehre für sie zu arbeiten das ist taktischer offizier das ist interessant weil sie jetzt schon rein eines cap obwohl es das ist interessant er also die aussage da was soll ich sagen der cap zieht großes potenzial ich stehe unter großem druck ich hoffe ich werde es alles gewachsen sein also die staff die akademie die haben sie richtig gut überarbeitet also wenn ich mir das vor paar jahren noch angucken muss ich sagen nicht schlecht okay all of the senior staff is waiting by the bar i'm sure everyone's a bit nervous this being our first real assignment and all so i'm expecting an inspiring speech out of you something heartwarming make the world cry this mission could just determine the rest of our careers halten sie eine rede oh yo die abschlussklasse my first bridge group zack umdrehen ich glaube ich muss mich mal vor flows hinstellen ja wohl ja wohl perfekt so dann halten wir mal eine rede einschüchtern bescheiden geben naja komm inspirieren wir sind die Brückenmannschaft der USS Alcoso jeder von uns würde für die bestehende aufgabe ausgebildet wir sind bereit ich glaube an jeden verdienen wir sind die besten der akademie und zusammen können wir alles erreichen wachrütteln wir werden mutig voranschreiten so wie eure die so wie uns die Sternenflotte gelehrt hat unsere fähigkeiten die wir in den vier jahren an der Sternenflottenakademie erworben haben nutzen auf die Sternenflottenakademie auf die USS Alcoso jaka auf die Crew es war klar dass die vulkanierin da wieder nichts trinkt ne ja oh a runabout jetzt bin ich gespannt auf geht's aber öff geht's ich kann nicht glauben wir endlich machen das Oh, schau mal das! U.S.S. Vesta, die erste in ihrer Klasse. Sie hat Subsystem-Targeting, eine Kruppe von 750, Auxilier Phaser-Kannons, und sogar ein Fokus-Quantum. Ich kann nicht warten, um einen zu einem Kapitän. Aber hier ist unsere Klasse. Miranda-Klasse, 200 Kruppe, zwei Weapon-Mounts, eine Aft, Average Speed, Warp, 5.0. Sie ist ein schwerer Schiff, aber ich glaube, ich mag sie. Wir sind der letzte Klasse, um zu erreichen. Wir müssen nach der Brücke kommen. Wow. Einfach eine Klasse. Hä? Wow. Einfach. Heftig. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern an die. Also, ich kann mich zwar nicht an die ganzen Volkte erinnern als Erste, aber... Ich werde nach der Brücke gehen und dann nach der Brücke gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wow. Name und Position? Cut, Ben. Cut, Ben. Sie ist ja zum Stellvertretenden der Erste Officer. Danke. Wo ist der K... Na dann. Ui. Schnuckelig. Modern. Auf so einen alten Kreuzer. Na ja. Fregatte. Kann man ja nichts sagen. Kann man ja nichts sagen. Na dann. Na dann. Na dann. Wir holen Sie bei der Verkehrskontrolle eine Freigabe für die... Alkosum zum Verlassen der Docks ein. Und Flores, senden Sie das hier zum Schließen der Shuttle-Ramptüren. Shuttle-Bay-Doors sind dicht, Sir. Sehr gut, Nummer 1. Warte, warten Sie bis ich die Traktorverankerung deaktiviert habe. Das ist meine Aufgabe, wa? So. Zack, Zack. Wenn dich zu Ende oberen, Alter. Du kannst nicht den Schubdüren reichen. Slider trockst du dich mit den Tränen ein. Hehehe. Käpt'n, darf ich Sie daran erinnern, dass die Sternenvorschriften in der Nähe der Raumdocks nur den Einsatz von Schubdüsen erlaubt? just checking to see if you're paying attention number one or take us out maximum thrusters ach of the stool cleared from dry dock captain good let's start with something easy set course for Vulcan course lead in sir engage captain I'm picking up an automated distress call from the SS break-even their work core is failing and they require immediate assistance let them know we're on our way Potter lay in a rendezvous course altering course sir ETA three minutes they are not responding to our hails captain keep trying travel their long-range comms might be down number one let's discuss the situation oh yeah an unexpected situation number one but such things come with the job what do you think we should do is that a test sir or gehört das zum trainings look absolutely not with the closest ship to the break even so it's our duty to assist er ist ein dead love gegen die zeit wenn die er überhaupt kern gefährdet ist indeed we also don't know what led to this situation either it could have been an accident or the result of an attack what do you advise me me Ich empfehle dir auf roten Alarm zu gehen und volle Energie auf Waffenruhe und die Photon-Torpedos. Dann hätte ich lieber gesagt, Schild hoch, gelbe Alarm, ja, die mittlere Antwort. Schöne sie. Vielleicht sind sie nicht in Ordnung zu reagieren. Kapitän, unsere Schilder sind schlapst. Juarez, zurück, Feuer! Pattern Delta Sierra 9. Schau, da sind die Schilder. Nicht gut. Engineering zur Brücke. Gehen Sie, Engineering. Sir, die Borg sind hier. Wir brauchen Hilfe. Ja? Ja, das ist halt wirklich toll. Hm. Sorry for the emergency stop number one, but there is a problem in the transport room. The Borg are trying to take it over. Most likely to prevent us from using site-to-site transports within the ship. Ich verstehe. Was ist... Wie lautet Ihr Befehle? Head to the armory near your position. Arm yourself in any security offices you find on the way. Once you're armed, I need you to go to the transport room and secure it as soon as possible. Was ist mit einem feindlichen Schiff, Sir? We're holding our own so far number one, but our success depends on securing the ship. Do what you can to get the Borg out of critical areas. Yes, Sir! You need to unlock the armory. Oh, yes, 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 yes. Land to the command code on Deck 4. Das erinnert mich irgendwie an, an, an die Folge First Contact. Das ist doch schön. Ne, das brauchen wir nicht. Geben wir mal den da her. Das da mal her. Ja. Ja, ich verlasse gerade die Waffenkommasseur. Vielen Dank, Karl. Ich verlasse gerade die Waffenkommasseur. Vielen Dank, Karl. Kostum, Ente. So. Gang die Borg. Also ich fand... Feier frei. Ja. 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 Ich find's aber schon komisch, dass du nahe der Föderationsgrenze oder im Föderationsraum, dass da einfach mal Borg auftauchen. Das hab ich jetzt ohnehin nie erlebt. So. Oh. Oh. Ja. Ja. Dann helfen wir dir mal. Assimiliert. So. Oh. 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 Ich muss zum Maschinenraum gehen, um dort, äh, noch mehr Borg zu vertreiben. Können sie mich... Können sie mich... Können sie mich direkt zur Technik beamen? Oh. Na dann. Energize. Ähm. Echster. Ich mach euch erstmal platt hier. Oh. 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 Oh, ich hab' eine Optimum. Oh. Oh. Ich bereite den Kühlmittel vor, um freigelassen zu werden, freigelassen zu werden, ja. So, wo ist das? Nachher wegpacken. Da vorne. Hat was von, teilweise von der Voyager. We need to go, now. Quick, release the Plasma-Coolants. Kadasjana. Hey, Manu, jetzt hat man genug Knochen für Arconen. Es hat funktioniert. Ich bin besorgt, Europa auch erleichtert. Vielen Dank. Wir haben den Hauptmaschinenraum gesichert. Jawohl, Sir. Wir haben den Hauptmaschinenraum gesichert. Oh. Pam. Na? Hi. Hi, Captain. Auf jeden. Oh-oh. Oh-oh. Captain, the Borg vessel has gone to warp. Ähm, new federation. Ähm, new federation. Ähm, new federation. Good morning. It's new federation. Character. The new story. Ähm, was, warum würden sie einfach, äh, verschwinden? Verfolgten sie das Schiff, wenn wir das Eingang holen, können wir vielleicht Captain Target retten? So. Flows sprechen, ja. Hey, ich hab euch doch grad erst geheilt. Warum sitzt ihr noch auf dem Boden? Nehmen sie Platz auf Captains Stuhl. Ja, genau. Ha. Mit dem Fazer-Gewähr, alles klar. Ey, packe. Noll, noll, noll. Yo, zum Dienst antreten, Kadett Mensch. Taktische First Officer. Traviel, senden Sie ein Notsignal. Ich habe versucht, einen Distress-Kall raus zu bekommen, Captain. Aber etwas ist jamming alle Frequenzen. Versuchen Sie es weiter, Alice. 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 Ah. Mann, 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 Mann. Äh, wie ist der Status des Borgschiffes? Ich glaube, sie hat ein paar wirkliche Schäuze genommen. Wir sind auch in ruffer Form, Captain. Vor allem, wo ist das Borgschiff? Äh, sauberer Schadensbericht. Still running Diagnostik, Sir. Took us some time, to get the systems back online. Was ist mit der Break-Even, rufen Sie Citrall. Hailing the Break-Even now, Captain. Äh, SS-Break-Vayron, hier spricht die USS Alkohol. Schiff der Steinenflotte. Was ist Ihr Status? No response, Captain. I suggest that we move closer for a short range scan. Bleiben Sie wahr, sagen wir wissen nicht, wo die Borg auf diesem Schiff sind. Ja, schade, also kein Room. Nichts zum Scannen. Helm, full stop. I've stopped us this time, Sir, but from now on you'll be responsible for adjusting the speed of the ship. Ja, wir wollen nicht, dass noch mehr Schiffe von einem möglichen Hinterhalt der Borg geraten, klar. Haben Sie Ersatz? Oh, oh. Irgendwelche Ideen. Hm, ich denke die, ich verstehe, worauf sie hinaus wollen. Logik suggests that we may discover similar opportunities for salvage here. I recommend scanning the debris field. Some of the derelicts present may contain intact plasma injectors. Dann scannen wir mal. Bingo! I found some suitable debris in the Boneyard nearby. Destroy three of those Nacelles. And we should get the parts we need. Okay. Ich soll jetzt wirklich Warp-Gondeln zerstören? So, dann ganz kurz Raumsteuerung. Ähm, da habe ich mich nicht einverstanden. Voller Impuls gibt die Taste. Reaktor halt. Vorwärtsschub. Noch runter. Das haut mal weg. Ah, Kamera ziehen, das passt. Ich habe das sowieso. So, Ziel erfassen. Regnet. Regnet. So, vordere Schilder. Nummer-Pad die 8. Hintere Schilde die 2. Rechts 6. Ja, so. Ich denke, das erklärt sich ja von selber die Nummer am Block. So, facer abfeuern. Alles abfeuern. Null. Ich habe da einmal das. Ich habe das. Ich habe das. Scannen mit V. Das bleibt. Mit Find anvisieren. Tab-Taste. Machen wir das. Machen wir das. Machen wir das. Find anvisieren. Ja, linken Monster hast du jetzt klar. Hier hinten noch irgendwas. Ah, genau. Hier schon wieder. Löschen. Löschen. Dann einmal die 12. Das Spiel hat die 11. So. Perfekt. So. Dann Feuer frei. Warnig. Warnig. The ship is under attack. These plasma injectors will do the trick, sir. Gorgeous technology. Type R, if I had to guess. Ah, das ist gut, aber erinnern Sie mich noch an die Borgs. Sie müssen schnell arbeiten. Ich werde alles entstellt, so schnell wie ich kann, Captain. Nur erinnern Sie, die Sicherheit kommt erst. Nach allem wollen wir nicht, wenn wir Warp-1 zerbrechen wollen. Die Frelle, die Kommunikation ist unterbrochen. So. Stopp. Da habe ich einen kleinen Misskückel. B. S. A. D. So. Jetzt passt's. Irgendwelche Ideen auf, was der Grund dafür ist. Gut Job. Empfehlungen. So. 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 Então. So.